Nach dem Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny hat seine Witwe angekündigt, die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen. Julia Nawalnaja erklärte, sie wolle ein freies Russland aufbauen und in einem freien Russland leben. Die 47-Jährige führt zurzeit Gespräche mit EU-Vertretern in Brüssel. Sie traf sich auch mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Julia Nawalnaja bezahlt sich an der Erinnerung von Alexej Nawalny. Wie Sie wissen, er wurde in einem russischen Jail durch den Regime der Putin-Putins-Regime gebrochen. Ich denke, diese sind die Worte. In einem russischen Jail durch den Regime der Putin-Putins-Regime. In einer emotionalen Videobotschaft auf YouTube warf Nawalnaja dem russischen Präsidenten vor, nicht nur ihren Mann getötet zu haben. Wladimir Putin habe auch versucht, Russland die Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit zu nehmen. Nawalny's Mutter, Yudmila Nawalnaja, hat sich unterdessen in die Strafkolonie in der Arktis begeben, wo ihr Sohn nach offiziellen Angaben zusammengebrochen und gestorben ist. Die Behörden erklärten jedoch, dass die Familie noch 14 Tage warten müsse, um den Leichnam zu sehen. In Russland gibt es sogar Spekulationen, ob die Leiche Nawalny's jemals freigegeben werden könnte. In Europa und weltweit trauern viele Menschen um den Kreml-Kritiker. Mahnwachen werden abgehalten, wie hier in Rom. Hunderte Demonstrierende kamen zusammen, um ihre Wut über den Tod Nawalny's zum Ausdruck zu bringen.